Guten Tag oder wie ich immer sage. Hi Leute. Ich bin heute nicht alleine, denn ihr kennt sie, oder? Hallo. Meine verrückte Freundin Sakkari und mein unglaublich verrückter Freund Luis, dem ich fast jeden Tag den Mittelfinger zeige. Und was wollen wir eigentlich heute machen? Nein. Weiß ich nicht. Ich doch keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Nach draußen hier? Nein. Ja, du hast einen Barsch. Die Katze zeigen. Nein, die habe ich schon 1000 Mal gezeigt. Und du? Sterben. Ich trete gleich in den... Diesmal nicht. Hi Leute. Und diesmal gehört mir das Video. Nein. Fuck your bitch. Nein. Wo ist der Fliegenplatz? Wir sehen nun diesen... Warte, ich will hier uns lachen. Hör mal auf. Ich will Ihnen mal was sagen. Ja. Leute, ihr wisst mal, ich bin hier alleine mit zwei Mädchen. Ganz alleine. Ich will ich dir einen verpassen. Nein. Tschüss. Da, da, da. Warte, warte. Warte, warte. Hör mal. Ich bin ein Fliegen, der ist feliz. Bitte geh. Wir verpassen nicht gleich mit mir. Komm wieder her. Du hast dein Parfum vergessen. Nein, 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 nein. Oh, schön, danke. Es ist gut. Es riecht gut. Oh, endlich riecht durch. Es schmeckt gut. Und nicht mehr nach Kiesa. Es schmeckt gut. Nein, ich will... Nein, bitte. Leute, bitte. Also bitte. Leute. Leute, können wir mal bitte was anderes als nur verrückte Sachen machen? Okay. Lustiges... Ey, der Bauern. Wir erzählen... Die ist geschlossen. Okay, wir erzählen... Also bei mir sind Witze so. Okay, wir erzählen jetzt Witze. Der Esel? Wir erzählen jetzt... Nein, bitte nicht. Dies ist doch leer. Ich weiß. Okay, erzählen... Jetzt erzählen. Jetzt erzählen Luis die ganze Zeit Witze. Fuck you, buddy. Ja, ich herstelle jetzt. Ich brumme... Oh.